wir waren zu lange weg es wird wieder zeit ich bin timon und ich bin ferdinand und das ist die bucke wunderlich experience ein bisschen länger her irgendwie das wir hatten die letzten male irgendwie nur alle zwei wochen aufgenommen oder sogar einmal einen monat ausgelassen zwar so ein kleines experiment sag ich mal nachdem wir ja ursprünglich die idee hatten jede woche aufzunehmen und das ja auch für anderthalb jahre oder so durchgezogen haben oder zwei jahre durchgezogen haben dass wir halt mal gucken ja ein bisschen vielleicht jedes mal ein gast haben weißt du bisschen höher qualitativ oder so und dafür ein bisschen weniger aufnehmen hat sich rausgestellt war keine gute idee weil dadurch war einfach dadurch dass wir uns erlaubt haben ja genau der driver weg dadurch dass wir uns erlaubt haben so ja es ist nicht schlimm wir müssen nicht jedes woche jede woche hochladen wurden dann alle sachen auch nach hinten verlagert sag ich mal es war dann auch so ja dann ist ja nicht schlimm wenn das video sofort gecuttet ist oder sowas und das wurde dadurch einfach alles ein stein ins rollen gebracht des negativen ja es hat den stein stein aufgehalten quasi also den stein der davor am rollen war also machen wir nicht noch mal und jetzt wieder jede woche das mir da ist mir voll aufgefallen dass allgemein so kleinigkeiten womit du anfängst voll dafür sorgen können dass es entweder voll in die eine richtung geht oder voll in die gegenrichtung zum beispiel beim beim lernen jetzt in den letzten wochen ich habe irgendwie angefangen weiß ich nicht mal ein zwei stunden was zu machen in der uni habe ich einfach bin ich in die uni gefahren morgens aber erst um elf uhr ne erst um elf uhr zwölf in die uni gefahren bin derger um vier gegangen habe während dieser vier stunden zwei zweieinhalb stunden gearbeitet nicht viel das war ungefähr fünf wochen vor den prüfungen also echt nicht viel und dann am nächsten tag habe ich bisschen mehr gemacht und am nächsten tag wieder bisschen mehr und an dem tag wieder bisschen mehr und das hat irgendwie sowas angestoßen und irgendwann bin ich nicht mehr um elf uhr in der uni gewesen sondern um halb neun acht und war davor schon beim sport der gar zwei stunden so weil ich gesagt habe okay weiß ich nicht ich will jetzt auch meine zehn stunden da sein weil ich einfach bock habe irgendwann und wenn ich dann um acht komme und irgendwann zum training muss dann muss ich um 17 uhr aufhören und kommen dann irgendwie zu so verschwitzten leuten irgendwie ins studio der ja wenn ich um fünf uhr morgens gehe so dann ist da kein schwein im studio ich kann um acht uhr im studio sein habe mein essen vor vorbereitet bin ready für den tag und habe richtig bock und irgendwie auch so ein ganz anderes gefühl was ich zum beispiel auch am morgens training richtig richtig gut finde was mir so voll voll gezeigt hat so dass das den ganzen tag voll beeinflusst weil ich war letztens wieder abends trainieren nicht so gut und das ist auch gerade mit dem lernen also ja unnormal und und das hat ja gar nichts angestoßen angestoßen und jetzt ist das vorbei meine prüfungsphase ich bin mit allen prüfungen durch und trotzdem gehe ich noch in die uni ich weiß gar nicht warum das voll komisch das voll psycho und ich gehe trotzdem in die uni lernen da weiter den ganzen scheiß weil ich jetzt mit biochemie auch voll die neue leidenschaft irgendwie gefunden habe hätte ich niemals gedacht das ist so krass wie du für sachen neue leidenschaften entwickeln kannst die du vorher wirklich gedacht dass das würdest du hassen so was hast du einfach nur ein bisschen wie bitte was hast du denn darauf darauf kommen wir jetzt zum beispiel in biochemie habe ich dann angefangen mich mit sachen zu beschäftigen wie energiestoffwechsel irgendwann die pilstoffwechsel und so verstanden weiß ich nicht wie der körper einfach die sachen zur energie nutzt und überhaupt die ganzen sachen wie die ineinander zusammenhängen und das war voll krank und dann habe ich irgendwann gedacht okay gehst du mal irgendwie in die bib und schaust dir mal an was es da so für bücher gibt die man zum beispiel vielleicht auch fürs bodybuilding irgendwie benutzen kann weil ich bin ja immer so der meinung gewesen so ja ich mache das jetzt schon seit fünf jahren ich habe voll die ahnung und allgemein meine ganzen freunde die wissen jetzt genauso viel wie ich oder weniger in dem bereich ich habe es voll drauf also voll die arroganz und dann bin ich mal in die bib gegangen weil ich nachdem ich so viel biochemie gelernt habe gemerkt habe oh es gibt voll viele sachen die ich noch nicht weiß und es gibt voll viele sachen in der biochemie die mir extrem viel bringt für den sport zum beispiel digga warum solltest du eher zitrullin nehmen als arginin so weil arginin theoretisch viel weniger was bringt als zitrullin und zitrullin günstiger ist weil es zum beispiel im harnstoffzyklus anders verwertet wird und deshalb mir zum beispiel mehr bringt solche sachen in biochemie zum beispiel oder warum wäre arginin denn zum beispiel guter pump booster oder wie funktioniert das überhaupt so und dann dachte ich mir okay aufgrund dieser neuen erkenntnisse die ich jetzt durch normale lernen für mein studium irgendwie bekommen habe gehe ich mal in die bib bin ich da hingegangen habe ein bisschen durch die regale geschaut hatte erstmal so war voll verloren so woher schaue ich hier jetzt so ne und dann sehe ich die ersten bücher irgendwie mit so mit so halbnackten männern irgendwie drauf und da steht dann irgendwie so recovery for athletes science in sport oder irgendwie solche also ganz viel englische literatur im sport irgendwie oder sowas ne oder irgendwie verletzungsprävention für physiologen also es ist so richtig äh und ich dachte so okay ja klar guck ich mal ein bisschen durchgestöbert so die einbände angeguckt was finde ich sieht ganz cool aus so ein bisschen drum rum geblättert und auf einmal bin ich in so ein buch versunken einfach für eine halbe stunde stunde und stand da einfach zwischen den regalen mein ipad meine ganzen sachen lagen da alle auf dem schreibtisch in der bib offen rum aber ich war voll weg und hinter mir laufen ein zweimal leute irgendwie vorbei und und ich mache so platz aber guck weiter in diesem buch und ich blätter seite für seite und ich setze mich gar nicht hin und ich sehe irgendwie okay keine ahnung jetzt da zink und da auf einmal kalzium und entdecke voll krasse neue sachen irgendwie die man benutzen kann und habe mir dann ein zwei bücher ausgeliehen und habe während meinen lernpausen in der prüfungsphase diese bücher gelesen ich hatte mir immer 60 minuten timer gestellt zum lernen und dann 10 minuten pausen immer 60 minuten 10 minuten 60 minuten 10 minuten und in meinen 10 minuten so jedes zweite mal habe ich dann dieses buch aufgeschlagen weil ich einfach unbedingt weiterlesen wollte stimmt das erinnere ich sogar ich hatte dich mal angerufen irgendwie du warst du warst gerade am lernen meintest du ah ja okay jetzt habe ich gerade eine pause aber ich wollte jetzt eigentlich dieses buch durchlesen was halt vom ding ab fast genau der gleiche stoff ist wie in deinem studium so es ist auch einfach nur so ja ja diese chemikalien und das führt dann dazu und sowas und ich war so hä das ist doch keine pause man das ist voll krass ich habe mich selber voll gewundert über mich aber das ist voll cool und da habe ich echt ein paar coole sachen gelernt zum beispiel und jetzt kommen wir auf die wirklich interessanten sachen das letzte thema mit dem ich mich viel beschäftigt habe ist wie du am besten hydrierst während deines während deines trainings weil ein problem bei athleten ist dass wir wasser verlieren im training durch dadurch dass wir es ausatmen also abatmen dadurch dass wir schwitzen und vielleicht auch noch irgendwie dadurch dass wir zwischendrin auf klo gehen oder sowas ne und dabei verlieren wir auch viele wichtige stoffe die uns im training helfen zu performen zum beispiel natrium magnesium calcium kalium solche sachen und dann habe ich mich ein bisschen dann beschäftigt oder was beschäftigt ist ein buch aufgeschlagen und das erste was da kam ist halt wie hydriere ich dich und dann war ich voll gefangen in dem thema und es gibt wirklich ein paar sachen die einem extrem helfen seine performance aufrecht zu erhalten wenn man halt zum beispiel in diesen sportlichen bereichen ist wie zum beispiel boxen bodybuilding und die haben da wirklich pushen können und da gibt es ein paar recommendations zum beispiel was enorm helfen kann vor dem training ist wenn man hyperhydriert das bedeutet dass du sehr viel wasser vor dem training zu dir nimmst nicht zu viel dass du nicht ein fülle gefühl hast was dir in manchen performance sportbereichen eher schaden könnte aber so viel dass es einen effekt darauf hat wie dein körper temperatur reguliert das heißt dass die thermoregulation in deinem körper besser funktioniert wenn du jetzt aber normales wasser trinkst dann reagiert deine niere ich sag mal leihenhaft das ist jetzt natürlich alles viel kannst du auch viel detailreicher jetzt erklären aber leihenhaft so dass es einfach das wasser wieder ausspült weil zu viel wasser braucht dein körper auch nicht ein zu hohes extra cellulärvolumen brauchst du nicht außerdem verschiebt das so bestimmte konzentration in deinem körper wo dein körper dann sagt okay die konzentration ist mir jetzt zu gering weil du ja einfach nur plain wasser zu dir nimmst das heißt was du zum beispiel machen kannst vor dem bodybuilding zum beispiel oder auch vor dem boxsport aber besonders im bodybuilding du kannst jetzt salzwasser konsumieren weil salzwasser oder salz ist ja nur natrium und chlorid als nochmal als substanz jetzt und wenn du salzwasser konsumierst ist es so dass du nicht sofort auf klo muss und das überschüssige wasser nicht direkt wieder quasi pipi machst davon und ausscheidest ähm und 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 somit diesen effekt besser hast du kannst zum beispiel jetzt auch weiterhin glüzerolformtraining ein bisschen nehmen mit deinem wasser aber hauptsächlich dieses salz sorgt quasi dafür dass deine niere oder dein körper erkennt okay die konzentration bleibt ungefähr gleich weil salz einen osmotischen gradienten erzeugt beziehungsweise die gelösten stoffe da drin das heißt wir sollten zum beispiel ein bisschen salz in unser wasser tun vor dem training weiterhin können wir zum beispiel nach dem training weil wir einen gewissen kalium verlust ganz kurz vor dem training heißt direkt vom training und dann funktioniert das schon oder halt stunden vom training also so eine empfehlung wäre wenn du eine stunde vor dem training über einen gewissen zeitraum salzwasser konsumierst so ein bis anderthalb bis zwei liter das kommt ein bisschen auch auf dein eigenes körpergewicht darauf an wenn du jetzt eine 50 kilo frau bist und zwei zweieinhalb liter trinkst dann geht es dir nicht so gut so aber wenn du jetzt wenn du jetzt eine 100 110 kilo athlet bist zum beispiel ich wiege jetzt gerade 102 kilo wenn ich zwei liter wasser trinke mit ein bisschen salz dann hat das ist das kein problem für mich das hindert mich nicht in meiner performance im training also ich würde da gucken so ungefähr ein bis anderthalb bis zwei liter ähm mit etwas salz drin gemischt ähm da gibt es auch bestimmte bestimmte recommendations ich kann mal hier zum beispiel was ähm was 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 vorlesen ähm hier sagt man zum beispiel dass ähm dass das ungefähr drei gramm pro liter äh salz enthalten sollte das wasser dann kannst du zum beispiel drei gramm pro liter genau äh es gibt dann auch noch mal andere empfehlungen zum beispiel während des trainings und nach dem training aber salz allgemein ist schon mal was ganz gutes also das kann man sich merken okay okay dann lass mich nochmal nachfragen das 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 führt dann dazu dass äh der körper besser die temperatur regulieren kann oder sich besser auf temperaturunterschiede anpassen kann oder also ich verstehe noch nicht ganz also genau hilft dir das dann sage ich mal eine hyperhydrierung im allgemeinen hilft dir besser deine deine temperatur zu regulieren im körper ähm aber das was das salzwasser hauptsächlich bewirkt zum beispiel auch im bodybuilding ist dass dein extra cellulär volumen hochgeht und dadurch dass dein extra cellulär volumen hochgeht hast du theoretisch einen besseren pump wenn du aber normales wasser nur trinken würdest was eine geringe konzentration hat weil da keine gelösten stoffe drin sind wie zum beispiel natrium oder chlorid dann wird das direkt wieder ausgeschieden und du hast diesen effekt nicht außerdem ist das nervig wenn du die ganze zeit auf klo musst während des trainings das kann dich auch hindern in deiner performance weil es dich mental auch ausbringen kann und solche sachen als weiterer effekt ja okay aber wenn ich jetzt zwei liter extra noch mal vor dem training trink dann kommt es wahrscheinlich auch vielleicht dazu oder oder werden die zwei nicht auf jeden fall gehalten nicht unbedingt wenn du zum beispiel glycerol wenn du anderthalb liter sagen wir trinkst vor dem training mit glycerol und einer gewissen menge an salz dann kannst du den körper so austricksen dass du eventuell nur einmal kurz vor dem training gehen musst und danach gar nicht also bei mir ist es zum beispiel so ich trinke zwei liter vor dem training mit salzwasser und in einer kleinen menge an glycerol und also ich muss nicht im klub ich muss überhaupt nicht auf klub training kein bisschen kannst du trotzdem noch mal das erklärt mit dem temperatur mit der temperatur dass das die besser irgendwie angepasst werden kann also weil ich meine nicht so ganz was bringt mir das sag ich mal also wie sieht das dann letzten endes aus also da habe ich bisher nur den abstrakt gelesen zu der studie es gibt studien die sagen dadurch dass du hyperhydrierst hast du eventuell keinen effekt und es gibt andere die sagen du hast einen effekt also wie genau das auf molekularer ebene funktioniert kann ich dir nicht erklären nein das meine ich gar nicht sondern was ist mein vorteil also was ist das wie es sich am ende wirklich auf mein training sag ich mal aus energie aus mehr energie okay ha theoretisch 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 hast du mehr energie und bist ja schon also gefühlsmäßig schon ähm und ich habe einen deutlich besseren punkt das ist das irrische überhaupt ähm andere sache die auch noch vorteilhaft ist zum hydrieren ist äh glukose beziehungsweise eine art von zucker ob das jetzt dextrose ist glukose also äh irgendeine art von zucker in seinem äh wasser zu haben während des trainings das sorgt dafür dass so ein gewisser transporter zum beispiel dafür sorgt dass du das wasser besser aufnehmen kannst in deinem körper sgl t1 nennt sich der sgl t1 nennt sich der oder sgl t2 ich weiß gar nicht mehr welche nummerierung aber der nennt sich sodium glukose transporter also natrium glukose transporter im deutschen aber sodium ist halt englische befachet ist aber sgl t und ähm der sorgt dann zum beispiel auch dafür dass du besser wasser aufnehmen kannst und zudem im bodybuilding sportbereich äh wie auch in anderen äh sportlichen bereichen kann es halt dafür sorgen dass äh der insulinschub etwas anstößt was am ende die protein biosynthese anstößt das ist total interessant und wenn du ab einer gewissen menge wirklich bist dann wird ja vermehrt insulin ausgeschüttet wenn du zucker zu dir nimmst und das hormon hat dann die wirkung dass protein biosynthese angestoßen wird heißt wenn du jetzt optimalerweise in deinem training sagen wir 60 gramm dextrose im wasser gemischt hast plus äh du hast jetzt die ein paar eras mit drin also äh proteinogene aminosäuren und da die essentiellen davon dann hast du theoretisch alles getan um bestmöglich zu regenerieren wenn du dann auch noch salz mit drin hast und die glukose dann kannst du auch noch besser ähm das ganze in deine zellen wieder aufnehmen das wasser und das kann theoretisch dann auch wieder für eine bessere regeneration wirken okay also drei gramm äh salz im wasser pro liter äh vor dem training und wie viel glukose ich nehme jetzt gerade zum beispiel 60 gramm ähm ich kann dir zum beispiel mal vorlesen auf einen liter oder auf wie viel insgesamt einfach also ich ich nehme das auch alles nicht ganz so ernst äh es gibt hier extrem äh es gibt hier auch ganz genaue äh ganz genaue äh ganz genaue angaben in dem buch hier zum beispiel in addition a sugar concentration about two percent can improve both water and sodium absorption in the intestine also zwei prozent wird hier angegeben ich nehme einfach mehr also ist jetzt auch nicht so schlimm mir kommt es eher auf den effekt in dem falle äh des insulins drauf an und das wird auf jeden fall getriggert von 60 gramm dextrose da kannst du dir sicher sein ähm und du hast trotzdem effekt also zwei prozent wird hier vorgeschrieben ähm genau dann ich kann was anderes noch vorlesen also äh in order for plasma volumes to be optimally restored ähm also dass du perfekt deine dein plasma volumen wieder auffüllst ähm mit elektrolyten äh nach dem training zum beispiel sollten zwischen 0,5 und 0,6 gramm pro liter für natrium sein ähm 0,7 bis 0,8 gramm pro liter für chlorid das wäre dann im falle in dem falle das einfach salz also natrium und chlorid das könnt ihr wahrscheinlich gar nicht so genau dosieren aber ich lese es einfach mal vor ähm und 0,1 bis 0,2 gramm für kalium kalium kleiner tipp von mir da könnt ihr auch einfach orangensaft wenn ihr jetzt kein kalium bestellen wollt ähm und da auch nicht zu viel dosieren wollt weil das auch nicht so gut ist wenn ihr das überdosiert ähm könnt ihr einfach orangensaft zum beispiel nach dem nach dem training trinken oft wird kalium in lehrbüchern oder sowas auch als potassium angegeben ähm das ist viel in orangensaft äh in in tomatensaft enthalten genau solche sachen und so kannst du einfach wirklich gut wieder einen elektrolythaushalt äh auffüllen und einfach rehydrieren und das sollte dafür sorgen dass du dann bei der nächsten performance auch wieder äh besser abliefern kannst das bedeutet wenn du zum beispiel zwischen zwei ähm zwischen zwei trainings bist als zum beispiel boxer wir bodybuilder haben ja den luxus dass wir oft nur einmal am tag trainieren wenn überhaupt aber wenn du als boxer zwei trainings am tag hast dann soll ist es oft nicht möglich durch seinen normalen durch seine normale ernährung seine elektrolyte so weit aufzufüllen zwischen den trainings dass die performance nicht unter leidet weil wenn unter sechs stunden zwischen den beiden trainingseinheiten ist dann kriegst du es oft nicht hin mit nahrung und der absorption der nahrung deiner elektrolythaushalt ähm innerhalb und außerhalb der zellen wieder perfekt aufzufüllen und dann kann sowas halt extrem helfen besonders wenn du weißt genau welchen konzentrationen du es machen musst aber jetzt für alle als kleine empfehlung ich würde einfach ein bisschen salzwasser vor dem training trinken ähm zuckerwasser während des trainings mit essentiellen aminosäuren oder auch einem proteinshake der äh hydrolysiert ist es auch okay und äh ja dann während des trainings vielleicht nochmal ein bisschen protein und schnelle kohlenhydrate weißt du eigentlich was in diesen sportdrinks so gatorade power rate und sowas was da drin ist also sind das dann ähnliche sachen oder das wird dasselbe sein ich hab mal nachgeguckt ähm wie zum beispiel elektrolyt lösungen bei verschiedenen supplement firmen sind und das ist einfach nur das ist natrium das ist chlorid das ist potassium also in dem falle kalium und magnesium kauft euch das nicht also klar kauft euch das wenn ihr keinen bock habt das selber anzumischen aber ansonsten kann man sich auch überall auf dem markt 10 kilo dinger bestellen die kosten dann 5 euro von dem zeug und das heißt ja pro portion vielleicht einen preis von 10 cent oder 20 und wenn ihr es so kauft halt von einem euro ähm da habt ihr aber dann halt auch vielleicht die besseren dosierungen wenn ihr nicht ganz genau wisst wie es macht aber man kann alles googeln heutzutage ja ich hab's auch tatsächlich gerade gegoogelt und in gatorade jetzt zum beispiel sind tatsächlich ziemlich ähnliche sachen drin also es ist maltodextrin drin es ist auch nochmal sohzucker drin halt ähm natriumchlorid mineralsalze natriumcitrat monokaliumphosphat magnesiumoxid und äh emulgatoren weiß ich nicht was das ist der rest ist glaube ich weniger interessant da ist jetzt zum beispiel das erste problem schon magnesiumoxid würde ich jetzt nicht nehmen magnesiumoxid hat eine schlechte bioverfügbarkeit ähm und kann wenn du zu viel davon nimmst als abführmittel wirken hm was was ist besser magnesium citrat citrat okay citrat gelat alles außer oxid einfach mal googeln bioverfügbarkeit magnesium aber zum beispiel in diesen ganzen drogeriemärkten wird zum beispiel immer magnesiumoxid verkauft eine oxidverbindung okay und oxid ist genau das was man eher nicht haben ja ja ungefähr also ich würde allgemein von diesen ganzen supplements in den drogeriemärkten würde ich total ablassen da gibt es vielleicht mal ein oder zwei die ganz gut sind was man zum beispiel machen kann man kann sich dextrose im supermarkt kaufen das ist oft günstiger als von supplementfirmen das mache ich zum beispiel ich kaufe meine dextrose ähm bei einem drogeriemarkt mhm aber ansonsten den butni lolli mitnehmen ja genau naja das ja genau aber ist eigentlich ganz lustig ne weil ich glaube wenn man so ursprünglich reinkommt so mit mehr supplements und sich da so ein bisschen informiert dann denkt man so es gibt magnesium so ja es gibt magnesium und dann denkt man nicht so dass es das auch noch unterteilt wird dass es da dann auch nochmal unterschiede gibt oder es gibt whey aber nein 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 es gibt auch noch unterschiede bei whey es gibt besseres und schlechteres es gibt besseres und schlechtes magnesium am Anfang denkt man einfach so ja magnesium okay ja ich mache alles richtig ja und auch wie man es nehmen muss ich meine mein vater hat jetzt zum beispiel äh das hat sich die asozial angehört mein vater äh mein vater hat von seinem Arzt vitamin d verschrieben bekommen ja äh 20.000 Einheiten irgendwie alle vier Tage oder sowas keine Ahnung ähm also relativ hohe Dosierung also eine Tablette hat auch 20.000 Einheiten und ähm ich habe ihm gesagt ja Papa du musst das mit Fett zu dir nehmen ne und dann meint so hä warum ich nehme das einfach so ich sag ne ne das ist nicht gut also du musst manche Sachen einfach mit Fett zunehmen als kleine goldene Regel ähm die Vitamine die fettlöslich sind die ihr immer mit Hauptmahlzeiten oder wirklich Fett zu euch nehmen solltet sind E D K und A also man kann es jetzt merken E D K ist so der Merkspruch für die fettlöslichen Vitamine ne E D K E D K wie der Supermarkt oh E D K okay achso E D K ja okay das ist ein besserer Merkspruch als E B K ja das E ist quasi doppelt aber das sind so die fettlöslichen Vitamine und wenn du ein Vitamin D einfach so nimmst ist das nicht gut besonders ich habe früher auch Vitamin D echt in hohen Dosierung genommen und jetzt würde ich das niemals so machen weil ich jetzt zum Beispiel weiß dass Vitamin D einfach auch einen Einfluss auf meinen Calcium-Spiegel hat und meine Knochen theoretisch wenn ich es zu viel nehme demineralisieren kann und dann sind meine Knochen brüchig und mir fehlt mein Calcium in meinen Knochen so das ist richtig scheiße mein Calcium-Haushalt kann einfach von der Vitamin D Überdosierung einfach im Arsch sein ich kann mir richtig schaden auch mit Supplements und das ist einem am Anfang gar nicht so bewusst und auch wie du Magnesium nimmst zum Beispiel ich würde jetzt niemals mehr irgendwie ein Gramm Magnesium nur vorm Schlafen gehen ich würde das über den Tag ein bisschen verteilen und dann am Abend die größte Menge nehmen halt solche ganzen Sachen es gibt halt Sachen die du einfach timen kannst ich würde vorm Abend gehen auch keine riesige Fettmenge mehr essen zum Beispiel nach dem Training würde ich keine riesige Fettmenge essen da würde ich eher eine Kohlenhydratmenge mit leichten Kohlenhydraten essen und dann ein paar Stunden danach vielleicht Fett es sind einfach solche Sachen die einfach irgendwie man vorher gar nicht checkt mit denen man sich erst später beschäftigt ja ist interessant aber auf der anderen Seite ist es schon auch so dass du selbst wenn du diese das sind ja das sind ja dann die kleineren Dinge sag ich mal also jetzt okay wie du deine Supplements dann nimmst und dass du die zu gewissen Mahlzeiten nimmst das macht schon natürlich einen größeren Unterschied aber wann du jetzt deine Kohlenhydrate timest oder sowas ich sag das macht einen Unterschied klar aber das du hörst mich nicht Mensch guck mal ich seh dich auch schon seit drei Minuten oder so nicht mehr weil dein Internet zu schlecht ist steht hier bei mir fertig fertig ich hab extra gesagt du sollst das LAN-Kabel ran machen ja genau aber was ich halt sagen wollte das sind dann die Kleinigkeiten also wenn es jetzt um das Mealtiming geht oder sowas das macht natürlich einen Unterschied aber du kannst auch schon krassen Progress machen mit solange du einfach das ist was du sag ich mal essen sollst ganz egal wann bist du wieder da hallo Ferdinand Buckel man sieht dich man hört dich aber nicht sprich mit uns kommuniziere perfekt ja dann rede ich einfach alleine ein bisschen weiter nämlich was ich noch ganz interessant fand zum ganzen Podcast Thema war das in letzter Zeit ist mir extrem aufgefallen was für unterschiedliche Podcasts es sag ich mal gibt also wie wie jeder oder nicht jeder aber unterschiedlichste Organisationen auf dem Bereich Podcast sag ich mal ansprechen und da unterschiedlichste Podcasts machen wir haben Politiker wie Gregor Gysi der ja auch seinen eigenen Podcast hat Christian Linter hat auch einen Podcast generell insgesamt auf den Social Media Kanälen kommen immer mehr Politiker werden immer mehr Politiker groß weil die kriegen ja auch gut Aufrufzahlen zum Beispiel auch Sarah Wagenknecht hat ja eine eigene YouTube Sendung quasi da kriegt sie auch irgendwie jedes Mal eine Million oder so Aufrufe pro Video was doch doch die kriegt richtig viele Aufrufe das ist schon krass aber generell im Bereich Podcast gibt es die Comedians irgendwie wie heißen die Lobrecht Felix Lobrecht aber auch im amerikanischen Bereich es gibt die Sportler alle machen Podcast weil das irgendwie einfach ein geiles Medium ist sag ich mal was halt jeder machen kann es sind letztendlich nur Gespräche manche können es natürlich besser als andere aber es bringt Spaß ja unnormal darauf direkt aufbauend ich finde es nämlich sehr sehr cool wenn sich jemand einen Podcast geben will gebt euch den von Lex Friedman der was der für Gäste hat und dass wir mittlerweile durch das Internet halt Möglichkeit haben zu zu solchen Gesprächen sag ich mal dazu zu hören und die auch zu beeinflussen weil weil er geht ja teilweise auch auf Kommentare oder sowas drauf ein und wenn er dann meinetwegen als Gast Mark Zuckerberg oder irgendein Politiker er meinte er wird bald Putin haben was sehr 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 krass wäre jetzt in der gerade in der jetzigen Zeit auch allgemein aber gerade in der jetzigen Zeit und wenn wir dann sogar dadurch dass wir Kommentare schreiben ihn dazu verleiten können gewisse Fragen zu stellen oder so dann ist das das finde ich sehr sehr krass das finde ich sehr sehr krass hörst du eigentlich mittlerweile Podcast Digga nein geht so nein nicht mehr du hattest du zwischendurch deinen den Fitness Podcast den ja aber da habe ich irgendwie ein bisschen abgeschaltet welchen ich ab und zu wirklich mal gehört habe ist Joe Rogan dann doch noch ja und sonst aber keinen aber Joe Rogan wird irgendwie immer in meinem Herzen bleiben und dann habe ich Jordan Peterson Podcast gehört aber auch immer wieder nur Ausschnitte zu Themen die mich interessieren aber ich habe nie wirklich einen Podcast meistens durchgeschaut außer wirklich der Gast hat mich brutal interessiert oder das Thema also stimmt gar nicht ich habe schon ein paar Podcast gehört zum Beispiel auch Muscle Intelligence von Ben Pakulski ja das ist der den ich meine habe ich habe ich genau habe ich ein zweimal mal wieder gehört und da werden ja genau die Themen auch besprochen die ich gerade auf die ich gerade so ein bisschen eingegangen bin und noch viel mehr der lädt ja Experten zu den krankesten Themen ein also Digga der macht ja auch mega viel im Bereich Longevity und sowas es ist einfach wie du deinen Körper einfach manipulieren kannst dass er zum Beispiel fitter ist länger lebt solche Sachen du kannst mit manchen Sachen fünf Jahre rausholen das ist so krank einfach nur indem du eine Sache in deinem Leben umstellst und da höre ich manche Podcasts und es ist schon krass was sie für einen Einfluss haben wie wird das eigentlich gemessen also wenn es jetzt um Longevity Sachen geht weißt du wie wird dann überhaupt geguckt das hat ja fünf Jahre meinetwegen oder wahrscheinlich so genau wird wahrscheinlich da gar nicht von geredet aber das hat derart einen Einfluss auf deine Lebensdauer es kann sein dass ich jetzt unnormalen Bullshit erzähle aber ich meine ich habe letztens dass man dass man das anhand zum Beispiel der Länge der Telomere bestimmen kann ok was sind Telomere also Telomere sind die Dinger oder die Schutzklappen am Ende von Chromosomen und die werden bei Zellteilungen halt immer kürzer und ich glaube da anhand davon wie kurz die halt sind kannst du halt gucken wie lang du halt noch ungefähr zu leben hast so ungefähr also wie gut es halt ist und ich meine zum Beispiel Ben Pakulski hatte also ich könnte das jetzt warte mal also man könnte das jetzt bei mir zum Beispiel vielleicht rausfinden also so wenn ich das Geld oder was auch immer hätte dass man mich in ein Labor schickt und dann würden meine Telomere untersucht werden und dann könnte man ungefähr wissen wie lange ich noch lebe Digga weiß ich nicht ganz genau aber ich weiß auf jeden Fall dass das was damit zu tun hat das hat auf jeden Fall was mit alternden alternden Zellen zu tun und ich weiß dass zum Beispiel Schlaf eine extrem wichtige Rolle darauf spielt und solche Sachen dass Ben Pakulski hatte zum Beispiel durch seinen dadurch dass er viel zu wenig geschlafen hatte einfach gottlos kurze Telomere schon und sowas irgendwie sowas aber du ich will auch gar nicht zu sehr drauf eingehen können die länger werden oder sind die dann einfach so kurz und die bleiben dann so kurz ja okay okay ja dann kannst du dich ja nochmal informieren das nächste Mal können wir da gerne drüber reden ähm ah man kann sie verlängern hast du das zu man kann sie verlängern indem man oxidativen Stress senkt zum Beispiel durch Sport okay dann können sie also ganz vorher dann doch nicht vorher sagen wie alt man wird du äh das war jetzt auch total ins Blaue geschossen nächste Woche nächste Woche ähm zu Joe Rogan äh hattest du da ein bisschen mitgekriegt der war ja jetzt auch paar Mal in den Nachrichten ne in den letzten Wochen paar Skandale hast du ein bisschen mitgekriegt warum ja also die eine Sache zweimal halt besonders innerhalb von zwei Wochen oder so ne einmal mit ähm und er hat sich für beide quasi entschuldigt einmal mit seinem N-Wort äh mit seiner N-Wort-Nutzung über die Jahre und ähm dann das andere finde ich eigentlich viel interessantere Thema also jetzt dass wir drüber reden können ähm äh dass du auch dem nächsten Entschuldigungsvideo machen musst ach so ach so ja nein nein dass wir drüber reden können natürlich ne also da da können wir glaube ich mehr zu sagen nämlich ist das ähm Thema mit ich sag mal ich nenn's mal Meinungsfreiheit also er hat er hat einen ähm Wissenschaftler eingeladen der glaube ich ich war da ich glaube der war früher bei Biontech ähm hat er hat er mitgearbeitet glaube ich ähm zumindest ist das ein ähm sehr wichtiger Wissenschaftler äh im Bereich äh der Innenstoffe jetzt um Corona gewesen und der spricht sich aber ähm glaube ich gegen den Impfstoff aus oder so oder zumindest hat er empfohlen äh ein ein Arzneimittel ähm ich weiß jetzt nicht mehr wie das heißt aber das hat Joe Rogan auch genommen und er sagt auch dass er das äh weiterhin nimmt um seine ähm ja um gegen Corona anzuwirken und dieses Arzneimittel ist wohl nichts bringt also das ja und ähm da war dann der Skandal so hm Joe Rogan äh verbreitet Fake News weißt du ähm es werden halt Sachen in Joe Rogans Podcast gesagt beziehungsweise da werden Gäste eingeladen die dann halt als Schwobler bezeichnet werden also der Typ wurde halt Schwobler bezeichnet und trotzdem lädt Joe Rogan den ein und redet halt nicht gegen den an so ne wird halt nichts ähm was man finde ich jetzt auch nicht so richtig erwarten kann weil Joe Rogan ist ja jetzt kein Experte auf dem Gebiet in jedem aber wenn man halt nicht gegen an in gegen ja wenn man halt nicht gegen an ähm reden kann sollte man den dann einladen das war so die Frage so und ich denke schon also ich denke da ist nichts ähm dran ähm auszusetzen weil von vornherein war Joe Rogans Podcast ja immer drauf einge äh drauf ähm drauf ausgelegt dass er alle einlädt aus allen möglichen Bereichen und ähm man kann sich dann sein eigenes Bild malen sag ich mal wenn man wenn man einfach äh die meisten Podcasts anhört beziehungsweise auch ähm ja äh gegensätzliche Meinungen äh sich anhört es ist natürlich problematisch wenn jetzt halt ich hab den Podcast nicht gehört deswegen ich kann und ich bin auch kein Experte auf dem Gebiet ich kann nicht sagen wie sehr da wirklich wie der wie sehr das wirklich Fake News sind aber es ist natürlich problematisch wenn ähm äh wenn man jemanden einlädt meinetwegen wir würden jetzt von Scientology irgendjemanden einladen oder so und äh wir sind natürlich dann auch nicht unbedingt ähm gut genug gewappnet um da gegen das anzureden was die da sagen weil wir keine Experten auf dem Gebiet sind und vielleicht würden die uns dann einfach auch unter den Tisch reden und so und am Ende bieten wir denen halt eine Plattform so ne ähm das lustige an der ganzen Story ist aber das ähm das lustige an der ganzen Story ist aber jetzt kommt's noch ist das äh ganz am Anfang hat quasi besonders CNN damit angefangen äh zu sagen oh Jorogen Skandal Skandal ähm und die haben dann geschrieben dass Jorogen halt ein Pferdemittel also ein Mittel für Pferde ein Arzneimittel für Pferde ähm nutzt ähm um sich gegen Corona zu wappnen das war das besagte Mittel von dem von dem ähm eingeladenen Gast nur das was Jorogen benutzt und das worüber die auch geredet haben ist kein Pferdemittel sondern ist für Menschen es ist ein ganz normales äh Arzneimittel für Menschen ist es normalerweise eigentlich nicht für Corona äh gedacht aber es gab Studien halt darüber dass es wohl eventuell was bringen kann so es gab auch Studien die halt gesagt haben nee aber das war halt so es ist ein kontroverses Ding und man könnte also ich ich verstehe den äh Gedankengang sag ich mal von Jorogen also es ist jetzt nicht einfach so hm irgendwas zufälliges sondern nein es gab auch wirklich Studien darüber ja und ähm was CNN gemacht hat ist die haben trotzdem geschrieben dass es ein Pferdemittel ist und äh nachdem CNN das geschrieben haben haben das auch alle anderen Zeitungen geschrieben das heißt selbst wenn du hier in Deutschland äh irgendwelche Zeitungsberichte durchgeguckt hast von Spiegel oder ne von der Welt besonders weiß ich das von anderen ähm Zeitungen weiß ich das nicht aber ich weiß dass auch noch andere darüber geschrieben haben ähm liest du überall es ist ein Pferdemittel äh Podcaster lädt Schwurbler ein und redet darüber wie er irgendwie Pferdemittel einnimmt oder so und das ist halt absoluter Bullshit das lustige ist dann Joe Rogan hat dann kurz danach auch den CNN-Chef eingeladen zu sich im Podcast und hat ihn damit konfrontiert hat gesagt so ey so was los so warum warum lügt ihr einfach auf eurer Plattform ihr schreibt da drüber dass dass ähm ich hier Fake News verbreite aber was ist das das sind die größten Fake News weil ihr habt euch das einfach ausgedacht so da gab es nicht mal einen Ansatz dafür dass man das glauben konnte ähm ihr habt euch entweder nicht einfach gar nicht informiert oder euch das einfach ausgedacht und der Chef von ähm CNN hat dann tatsächlich dazu gestimmt meinte ähm ja es ist peinlich oder stimmt und sowas so und ich weiß nicht wie das passieren konnte ich war da auch gar nicht involviert und sowas das haben dann halt andere Redakteure oder sowas die haben das ja er muss auf jeden Fall die Verantwortung übernehmen dass er wahrscheinlich er war wahrscheinlich wirklich nicht involviert weil er kann ja nicht jeden Artikel jetzt den ganzen rübergucken aber aber er muss trotzdem dafür Verantwortung übernehmen und er meinte halt so ja das stimmt halt wirklich nicht das finde ich ein bisschen lustig so dass das der gleiche Artikel und der gleiche Skandal ist und keine also ich keine Zeitung von denen ich das gelesen habe ähm wo ich das den Skandal erstmal gelesen hatte hat sich danach zurückgenommen oder so ne oder hat danach geschrieben so oh ja das stimmt doch nicht das ist das Problem dabei das heißt alle glauben jetzt weiterhin so was richtig zu stellen ist so schwer so was im Nachhinein richtig sobald das einmal viral gegangen ist besonders durch öffentliche Medien ähm ist so schwer wieder rückgängig zu machen als ob die da jetzt so einen kleinen Text verfassen so achso das was wir vor zwei Wochen übrigens geschrieben haben stimmte übrigens nicht dafür werden die ja keinen Platz in ihrer Zeitung machen niemals und das ist das Problem dabei ja und weiteres Problem ist auch einfach dass du du kannst doch nicht einfach nur weil das CNN ist und eine riesige Plattform kannst du das nicht einfach übernehmen und denken das ist richtig du musst doch selber Recherche betreiben also du musst doch selber das verifizieren und einmal den Jerome Podcast hören und dich damit auseinandersetzen aber das dauert heutzutage einfach zu lange das heißt warum kann ich nicht einfach das was CNN geschrieben hat übernehmen bisschen anders schreiben und hab auch meine News zack es geht darum der schnellste zu sein aber nicht mehr unbedingt um alles richtig zu machen und das ist ein riesiges Problem einfach nur der erste ich will der erste der es raus haben will das ist doch auch das Problem wenn Leute wegen Sachen angekreidet werden und sowas aber noch nicht verurteilt sind egal in welchem Bereich zack ich will es rausbringen sofort da wird nie also jetzt zu dem Punkt dass es halt nicht mehr zurückgenommen wird wird irgendeine Zeitung irgendwie schreiben ach so der wurde jetzt übrigens nicht verurteilt passiert nicht das ist echt gefährlich an der ganzen Sache ja ja das stimmt schon ich bin mal eigentlich gespannt ich weiß gar nicht ob Jorogan in der Richtung irgendwie rechtlich vorgehen will oder sowas weil das kann man dann ja theoretisch schon glaube ich hier es gab ja den Fall mit Kachelmann ich weiß nicht ob du den kennst das war ein Fernsehreporter ein Wetterreporter war das und der war auch in irgendeinen Gerichtsprozess involviert und da haben dann die Medien auch direkt berichtet und sowas so von wegen als ja also haben wir direkt richtig viel darüber geschrieben und der hat ich glaube das ist der größte Fall in der Richtung weltweit der hat dann irgendwie ich weiß nicht mehr wie viel aber eine Million oder elf Millionen oder irgendwie halt im Billionenbereich Rückzahl bekommen als er gegen die vorgegangen ist weil da halt sein Ruf komplett zerstört wurde und die haben vorher schon gesagt dass er es gemacht hat oder meinten die nur er ist jetzt im Prozess Kachelmann Skandal wegen was wegen was wurde denn so wegen was wurde denn der Kachelmann Prozess war ein Strafverfahren gegen den Wettermoderator Jörg Kachelmann in Deutschland 2010 bis 2011 ihm wurde Vergewaltigung vorgeworfen und gefährliche Körperverletzungen an seiner Geliebten Kachelmann bestritt diese Vorwürfe und wurde freigesprochen aber das Verfahren hat er enorme Aufmerksamkeit erregt und ja genau er wurde insgesamt freigesprochen das Problem war dann halt besonders bei so einer Thematik ist natürlich auch echt heavy das ist natürlich macht komplett deinen Ruf kaputt also wenn du jetzt was gestohlen hast oder sowas ist klar das ist auch etwas moralisch Verwerfliches aber das ist ja echt noch mal eine andere Thematik ne also puh echt schwieriges Thema ah ok die haben halt geschrieben dass er verhaftet wurde und ähm ja oder sprich erstmal weiter mhm besonders die wer hat wer hat ihn denn angezeigt seine Frau dann oder würde ich mal stark von ausgehen also ich ich weiß es nicht aber ok dann jetzt nicht bezogen darauf aber generell wie schlimm sind Frauen die so tun als ob ihnen das passiert wäre erstmal in Bezug auf die Männer denen dann alles drum rum passiert und auch den Frauen denen das wirklich passiert ey wie dreist musst du sein weil ich meine dadurch dass du das machst äh diskreditierst du natürlich doch auch den Frauen denen das wirklich passiert ist was bist du denn für ein Mensch dass du sowas machst also das ist so krank das ist so krank ja mir 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 passt das gar also ich krieg das gar nicht auf die Reihe dass du jemanden so zerstören könntest aufgrund von was oder das ist schlimm das ist richtig heftig und du musst heutzutage glaube ich auch also ich weiß gar nicht bist du irgendwie wenn du dich mit Frauen triffst vorsichtiger in dem Bereich dass du zum Beispiel ähm dass du bevor ihr zum Beispiel ähm miteinander schlaft dass du irgendwie sie fragst oder sowas um ihre Einverständnis zum Beispiel solche Sachen ja generell das hab ich noch nicht gemacht nein weil das macht doch weil das macht auch irgendwie natürlich so voll irgendwie den Mut kaputt wenn du so währenddessen dabei bist und das ist voll romantisch und so und dann hörst du auf einmal auf und sagst so jetzt bitte unterzeichne mir hier den Vertrag dass du damit einverstanden bist dass wir miteinander schlafen also das funktioniert auch nicht aber theoretisch also ich hab's noch nie gemacht du machst das auch nicht nein 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 ich hab das noch nie gemacht nein 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 also ich hatte jetzt auch nicht das geplant zu machen falls das deine Frage ist ne ich hab das noch nie gemacht und ähm die Kamera hat auch so immer funktioniert einfach ne man ist sich dann ja eigentlich ich weiß nicht das ist dann doch also sie kann dann ja ja ist schwierig nein sagen oder so oder kann in jeder Zeit ähm weiß ich nicht die Hand wegdrücken oder so dann hör ich auch sofort auf ja hörst du echt die Idee ist ja halt dass so kommt ja drauf an ja aber was ist mit denen die das halt nicht wollen was ist halt mit denen die das nicht wollen aber sich in der dann in der Situation wie gelähmt fühlen oder so genau zum Beispiel also ich glaube wenn du einen normalen Menschen verstanden hast dann merkst du sowas auch vorher also ob jemand sich wohl fühlt oder nicht und ich glaube auch wenn einfach jemand gelähmt also da muss er schon krank das nicht zu checken ähm ja ich weiß nicht also nein ich meine sie gelähmt einfach dass sie dass sie es nicht schafft einfach dagegen anzugehen oder so oder dass sie sich ich weiß nicht ich weiß auch nicht ab wann es dann genau Vergewaltigung ist ähm also weil es gibt ja auch dieses so von wegen dass im Nachhinein wollte sie es dann doch nicht quasi also im Nachhinein bereut sie es das ja ja eben das ist keine Vergewaltigung nein nein das funktioniert nicht wenn du es da willst und dann dann danach nicht das ist irgendwie komisch also ja oder da halt dir nicht sicher bist und dann danach aber äh denkst ah ja das war ein Fehler es ist ja also ein bisschen Verantwortung muss man einer Erwachsenen Frau auch äh geben finde ich die ein bisschen selbstbestimmt ist und natürlich auch irgendwie selber einfühlsam sein der Situation entsprechend ne ne ich hab einen Freund der wirklich äh jedes Mal vorher äh ganz genau nachfragt echt ja und und wie läuft das für ihn ganz gut er sagt das macht jetzt nicht groß die Stimmung kaputt oder sowas wie reagieren wie reagieren die da drauf also unterschiedlich aber eigentlich immer relativ cool es gibt manche sind ein bisschen verwundert aber sagen dann ja klar und manches gibt andere die sind so ah ja nett dass du fragst und so also ich glaube heutzutage ist das irgendwie auch ziemlich chillig also ich glaube dass es irgendwie so angekommen dass jetzt nichts mega irres ist zu fragen weißt du ich hab's ich hab's ich hab's bisher auch noch nicht gemacht aber ist schon aber trotzdem so für den Mut einfach irgendwie dann denkt man sich vielleicht auch nur also ich hab's bisher auch noch nicht gemacht weil wenn ich jetzt so komplett dabei bin und dann auf einmal aufhöre und du frage so ja und ist das jetzt okay dass du irgendwie auch so ein bisschen ja und ich war mir halt auch immer relativ sicher einfach in der Situation dass sie das auch will oder nicht ja ich auch das ist das Ding darf man mit jemandem Sex haben wenn der betrunken ist weil vielleicht ist sie da nicht zurechnungsfähig genug als dass sie irgendwie in einem halt dass ihre Meinung erzählt sag ich mal dass sie dann wirklich also ich find sowieso relativ ich find sowieso relativ unattraktiv wenn eine Frau extrem besoffen ist dann hab ich sowieso nichts mehr mit der außer dass jetzt meine Freundin oder sowas das ist was anderes ja okay aber du trinkst auch selber nicht ja ich bin halt immer zurechnungsfähig ja deswegen meine ich ich denke nicht von diesem unattraktiv oder attraktiv sondern einfach so dürfte man das quasi also wäre das wäre das okay deiner Meinung nach wenn jetzt beide sagen wir sind betrunken beide sind betrunken waren zusammen feiern ich glaub schon ich glaub schon dass es okay ist ich würd sagen dass es oft keine gute Idee ist das ist vielleicht die andere Sache ähm aber warum nicht warum ist es keine gute Idee Digga nein eher so weil oft weil oft Leute miteinander schlafen wenn sie besoffen sind die es eigentlich nicht machen würden wenn sie nicht besoffen wären oder das hintereinander hinterher bereuen klar gibt's auch die Fälle wo man sagt okay war jetzt voll perfekt ne aber ich hätte lieber mit jemandem Sex mit dem ich auch also aus einem klaren Zustand heraus bin ich dir ehrlich ich persönlich vielleicht bin ich da auch anders aber für mich ist das irgendwie so also klar Sex ist was besonderes aber ich weiß nicht ich finde ich vielleicht bin ich da einfach anders aber für mich ist es nicht dieses so dass es ähm ich will mir halt 100% sicher sein dann enorm dass sie da auch dass sie da auch nur Bock drauf ja dass sie da auch echt Bock drauf ach so so rum obwohl sie nicht besoffen ist weil wenn sie jetzt extrem besoffen ist viele Frauen werden echt so wirklich so ich meinte jetzt aus meiner perspektive also wenn du besoffen bist wenn du jetzt besoffen bist und dann am nächsten Tag aufwachst und so denkst ah okay das hätte ich dann wahrscheinlich eher nicht gemacht wenn ich nicht besoffen wäre ähm ich weiß nicht ich finde das dann auch nicht so schlimm dann ist es so ah okay ja das war Fehler quasi aber es ist jetzt nicht tragisch oder so es ist jetzt nichts wo ich mein ganzes Leben das bereuen werde oder also für mich jetzt nein das nicht aber muss einfach nicht so und wenn ich klar bin kann ich das 100% die Entscheidung treffen das ist das Coole dabei klar ja ja aber du ja ja das Ding ist du bist halt immer klar weißt du du bist halt immer ja das ist das Ding das ist das Ding also ich finde es was anderes aber an sich ich finde es was anderes wenn Alkohol an sich stellt sich ja schon ich finde es was anderes wenn wenn es nicht um die Wirkung vom Alkohol geht sondern um die Atmosphäre die zum Beispiel jetzt ein Getränk macht zum Beispiel gehört ein Rotwein manchmal zu einem romantischen Essen dazu nicht des Alkohols wegen es kann auch so eine geringe Menge sein dass es gar keinen Unterschied macht sondern weil es eine Atmosphäre schafft nicht durch den Alkohol sondern einfach um der Symbolik wegen weil Rotwein etwas ist was für was für Erotik steht finde ich was für Wärme steht was für was für Arousal weiß ich nicht sowas steht und das eher ein Symbol ist für mich wenn zwei Rotweingläser auf dem Tisch stehen und ich was esse und einen netten Abend mit jemandem habe und es selbst so eine geringe Menge ist dass es bei uns beiden gar keinen Unterschied macht dann hat es trotzdem einen Effekt und das ist was anderes für mich das ist das ist das ist was anderes für mich das ist so wie ein schönes Lied was du hörst das ist das ist was ganz anderes aber wenn es wirklich der Alkohol einen extremen Effekt hat wenn wir uns besaufen und dann miteinander schlafen boah ich weiß nicht ich mag es lieber andersrum ich sage nicht dass das irgendwie jetzt schlecht ist oder sowas ja ne genau aber davon das ist meine Frage was ist es gut oder schlecht weil dass du es anders lieber magst ist klar weil du besäufst dich ja auch nicht also das ist halt dann ja gar nichts mit dem Sex zu tun sondern du besäufst dich einfach allgemein nicht so gern so deswegen aber ist es es ist richtig was darf man denn dann überhaupt wenn man besoffen ist also also auf keinen Fall Autofahren was sollte man vielleicht ja ja das war mir irgendwie auch im Kopf gekommen ähm aber sonst also ich meine du darfst in der Bar sein und mit anderen Leuten reden mit anderen Leuten reden darfst du könnte ja auch passieren dass du da irgendwie dumme Sachen erzählst oder sowas könnte man ja auch sagen ja und ne Redeverbot wenn du Alkohol trinkst das ist vielleicht für manche gar nicht so schlecht okay soll ich mal was von dem Kachelmann vorlesen ja bitte was ich jetzt so ein bisschen rausgefunden hab es war ein bisschen schwer zu lesen zu reden gleichzeitig ich wollte ja auch zuhören aber ähm also was besonders halt passiert war ist dass die Presse direkt von vornherein ähm da so ein großes Trara sag ich mal rausgemacht hat wo so ein bisschen also es ist ja so ein bisschen rausgekommen da ist ein Gerichtsprozess und die Presse war direkt wamm das gibt Aufrufe und wir bleiben da jetzt für Monate dran und hat dann auch über Kachelmann ähm ganz viel Privat halt rausgefunden ganz viel Privat berichtet also ähm das sind äh er hatte Affären oder er hatte ähm davor mit den und den äh Frauen etwas auch vor der Heirat glaube ich und insgesamt ähm sein ganzes Privatleben halt aufgedeckt und der Öffentlichkeit äh preisgegeben ist auch nochmal eine Frage wie so was okay ist äh ich weiß gar nicht wie das rechtlich da ist ähm aber wenn du jetzt meinetwegen über äh über jemand anderen hier im Podcast redest ähm meinetwegen eine Story erzählst irgendwie die du mit dem zusammen erlebt hast ne hm holst du dir mal vor Konsent von deinen Freunden du hast ja ein paar Mal über Keanu und so geredet nö aber okay Keanu ist halt auch jemand den du kennst so ne da ist dann wahrscheinlich da weißt du was okay ist und was nicht okay ist und ich erzähle ich erzähle auch Sachen nicht wo ich weiß dass er nicht will dass die öffentlich sind ja aber trotzdem ist die Frage eigentlich also sagen wir sagen wir es ist dein Todfeind sagen wir es ist dein Todfeind und du hast oder oder es ist irgendjemand der dich nicht juckt oder sowas und du hast zusammen mit dem was erlebt und du willst einfach nur diese Story erzählen und erzählst halt diese Story ähm und das ist ja auch wirklich so passiert und es war meinetwegen auch nicht in einem Keller oder sowas sondern in einer Bar also öffentlicher Platz ähm findest du man sollte das Recht haben darüber zu reden also auch mit ihm im Namen also seinen Namen benennen meine ich nein warum nicht weil ich würde jetzt ganz spontan ja sagen aber ich bin mir auch null sicher in dem weil ich ihm damit schade aber er hat sich doch selber geschadet wenn er das gemacht hat nein 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 er hat das ja gemacht damit schadet er sich dann ja und dann sollte er auch damit leben können wenn diese Person etwas macht was moralisch verwerflich ist zum Beispiel nein muss er nicht sein aber du würdest ihm ja nur also wenn du jetzt gerade sagst du schadest ihm damit dann würdest du ihm ja nur schaden ähm wenn er davor etwas moralisch verwerfliches gemacht hat wenn er davor nichts moralisches verwerfliches gemacht hat und du dann diese Story erzählst dann sollte das ja auch keinen Nachtrag für ihn haben also keinen wenn du wirklich nur die Wahrheit erzählst du erzählst einfach das was wirklich passiert ist was er wirklich gemacht hat es muss ja nicht immer moralisch verwerflich sein sagen wir jetzt okay als Beispiel wir konkretisieren das mal ein bisschen sagen wir ich bin jetzt mit meinem Todfeind im KitKat Club gewesen in Berlin ja diesem saureren Club und ich hab da gesehen was der so gemacht hat ne und äh das sind irre Sachen gewesen die er eigentlich nicht will die rauskommen so ne so was einfach irgendwie irre war was aber nicht moralisch verwerflich gewesen ist oder sowas ne sondern einfach irre und vielleicht ein bisschen peinlich wenn man es jetzt so betiteln will ja dann fände ich es irgendwie asozial das zu erzählen ja okay warst du halt mit ihm und dann erzählst du diese Story die ja wirklich passiert ist und es ist dann nicht das es ist dann nicht bei ihm es ist dann nicht bei ihm eher dann hätte er halt nicht das peinliche machen sollen dann hätte er sich vielleicht nicht so voll saufen sollen ja wenn er sich in die Öffentlichkeit begibt dann muss er halt damit rechnen dass sowas passiert das wäre jetzt spontan meine Idee aber du kannst mich gerne was anderem überzeugen weil ich bin da echt nicht sicher in der in der Meinung ich finde das ist halt ein bisschen fast wie Körperverletzung wenn du jemanden öffentlich an den Pranger stellst für etwas was ihm zwar wirklich passiert ist aber wo du es einfach nur erzählst so weil du jetzt eine geile Story haben willst und du aber weißt im Hinterkopf bist du dir ja sicher dass es jetzt nichts Gutes dabei rauskommen wird für ihn ne und selbst wenn es jetzt ist jemand den du nicht magst ist es trotzdem so das ist ich weiß nicht ist fast ein bisschen wie Mini-Körperverletzung halt in dem Fall Seelensverletzung du würdest das auch nicht wollen wenn jemand ja genau Mobbing und Mobbing ist auch nicht erlaubt so nur weil ich jetzt was über einen weiß muss ich es nicht öffentlich erzählen auch weil es wenn es stimmt das ist einfach unkorrekt musst du nicht aber solltest du das Recht musst du nicht aber solltest du das Recht haben aber ja musst du nicht aber solltest du das Recht haben es zu dürfen wenn du es wolltest oder ist es da jetzt so das darfst du nicht erzählen das ist jetzt top secret dadurch automatisch das sind Teile deiner Gedanken die du niemandem mitteilen darfst ich finde das es gibt ja sowas wie ich finde da hat er nicht das Recht ich finde da hat er nicht das Recht der hat deine ich finde da hat er ja aber Rufmord ist soweit ich weiß Sachen die falsch sind ja ich googles ich googles aber ich finde ganz kurz trotzdem nochmal ich finde das ist auf seiner Seite dann weil er kann ja nicht einfach irgendwelche Sachen machen die mega scheiße meinetwegen sind meinetwegen er schlägt ein Kind oder sowas und du siehst das halt und dann ist es plötzlich so ah ah darüber darfst du nicht mehr reden und jetzt ist dein dein Gedächtnis einfach ein Teil deines Gedächtnisses darfst du niemandem mitteilen weißt du da ist einfach so das ist restricted top secret zone ich finde das geht nicht er kann ja nicht einfach Recht über dein Gedächtnis dadurch automatisch einnehmen besonders wenn es halt im öffentlichen Raum ist wo andere Leute es hätten auch sehen können die Person mit der du meinetwegen gerade redest damit schränkst du natürlich auch damit schränkst du natürlich auch deine Redefreiheit unnormal ein was du sagen darfst und das ist auch gruselig das stimmt schon das stimmt schon also ich würde einfach sagen auf sein Gefühl hören und das Richtige tun also ich sowas gehört einfach nicht es ist halt schwer das allgemein das allgemein zu einer Regel zu formulieren so ne was auch was dann nicht nur für die einzelne Situation halt gilt normal außerdem ist das Gefühl außerdem ist das Gefühl wahrscheinlich deutlich geringer also das schlechte Gefühl wenn es halt jemand ist den du nicht magst als wenn es jemand ist den du magst okay dann müssen wir uns selber alle mal ein bisschen in uns reinhorchen und vielleicht selber mal reflektieren warum wir denn etwas Schlechtes über jemanden oder jemand anderem etwas Schlechtes antun wollen nur weil wir ihn nicht mögen oder warum wir den überhaupt nicht mögen aber nein aber das meine ich ja das haben wir ja ich finde ja gar nicht dass wir das machen ich finde er hat das gemacht wenn er das Schlechte getan hat ganz groß wenn er was Schlechtes gemacht hat wenn es falsche Sachen sind okay ja wenn er was Schlechtes gemacht hat Digga ich finde manchmal kann man Leute auch an Pranger stellen also wenn es jetzt wirklich was Verwerfliches ist so aber ähm Digga wir reden ja ich mein Beispiel war ja zum Beispiel mit diesem KitKat Club Digga sowas macht man nicht das ist unkorrekt sowas zu erzählen sowas solche Fälle zum Beispiel Digga wenn ich sehe dass ein anderer Typ ein Kind schlägt Digga dann erzähle ich dir das dann erzähle ich dir das so ein Penner ist der ein Kind schlägt damit du weißt mit wem du es zu tun hast mit einem Kinderschläger oder einem Frauenschläger und erzählst du das dann auch öffentlich also jetzt im Podcast mit Namen Namejob Digga das Gefährliche bei sowas ist halt immer Selbstjustiz ne dass dann Leute irgendwie nein nein jetzt scheiß auf scheiß auf was achso du hast gefragt ob ich sowas im Podcast erzählen würde ich glaub nicht ich glaub ich würde sowas nicht erzählen ich würde sagen das ist kein guter Mensch oder irgendwie sowas und würde das schon verdeutlichen aber ich würde aufpassen dass es andere dadurch meine Aktion nicht auch moralisch verwerfliche Dinge machen wenn ich weiß dass jemand ein Kind gehauen hat und ich das öffentlich droppe Digga ich weiß nicht wie viele Leute Selbstjustiz irgendwie anfangen zu begehen und den Typen gottlos zusammenschlagen ich find das auch ich weiß nicht das ist guter Punkt es gab diese Aktionen in Hamburg da wurde so ein es wurde ein Mädchen vergewaltigt glaube ich und da wurden dann die Instagram Profile und die Fotos von den Leuten gedroppt ja ja hat sich auch mitgekriegt Digga das ist richtig gefährlich fand ich gar nicht gut fand ich gar nicht das ist richtig das ist richtig gefährlich also wer sowas macht gehört halt ins Gefängnis und gehört verurteilt unter unserem Rechtsstaat so ne und darüber kann man sich dann streiten welches Urteil dabei rauskommt für manche sind viele Urteile viel zu mild ich spreche jetzt nicht über meine Persönlichste ich sage für manche viel zu viel zu viel zu doll das das will ich gar nicht beurteilen aber wir haben hier einen Rechtsstaat in dem manche Regeln halt so funktionieren wenn jeder sein eigenes Recht in die Hand nehmen würde Digga pass mal auf wie lange das hier funktioniert dann nehme ich dir dein Pausenbrot weg weil ich 100 Kilo wiege und du nur 60 was willst du dagegen machen ich brauche auch mir zu essen so so ähm deshalb gibt es halt ja ist doch so so das ist halt mein Recht ne so deshalb gibt es hier auch äh so ein funktionierendes System und Digga das ist so gefährlich ey wenn ich dann diesen Typen auf der Straße sehe und weißt du was gefährlich ist stell dir vor ich verwechsel den stell dir vor ich hau jemanden richtig zusammen weil ich denke das ist der Vergewaltiger und das ist dann gar nicht der ja okay aber das ist das Problem an der ich hau jemanden richtig zusammen weil da ist dann da eigentlich das Problem ja das ist allgemein auch nicht okay ist jemanden einfach zusammen zu hauen ja jemanden zusammen zu hauen ja nee nein auf jeden Fall nicht aber aber ganz kurz zu der Person die das veröffentlicht gemacht hat weil da finde ich auch nochmal interessant ähm ich hab das zum Beispiel über so ein YouTube Video irgendwie mitgekriegt glaube ich also es wurde mir vorgeschlagen einfach irgend so ein random YouTuber den ich noch nie gesehen hatte aber die war halt gar nicht in die Tat überwiert die hat das einfach nur ähm veröffentlicht die hat die Instagram Profile halt nochmal geleakt und sowas und hat sich darauf halt auf Quellen verlassen die sie halt persönlich gar nicht kennt sondern sie hat dann einfach irgendwie andere Mädchen oder so die angeblich halt dabei gewesen sein sollen also vielleicht waren die auch dabei das will ich gar nicht in Frage stellen aber hat sie die halt gefragt wer war das denn und sowas schickt man die Profile und hat die dann ähm öffentlich gemacht und äh sie kann ja gar nicht wissen ob das wirklich so stimmt vielleicht haben die Mädchen gelogen sagen wir mal ähm und das kommt dann halt bei dem Berichtsprozess dann erst raus weil die waren ja glaube ich noch nicht verurteilt die Jungs ähm und dann hat sie jetzt das ist dann Rufmord weil dann hat sie einfach wirklich Lügen quasi da über jemanden verbreitet und ähm und ihm ähm ja sein sein Ruf gemordet selbst wenn dieser die Jokes werden echt immer besser ähm das ist dieser Gerechtigkeitssinn irgendwie der manchmal echt gefährlich werden kann der wirklich wirklich gefährlich werden kann und die sozialen Medien sind ein Ort der dafür perfekt ist der wirklich dafür perfekt ist du siehst ein Video von irgendwas du fühlst dich mega angegriffen kennst vielleicht gar nicht den Kontext dazu und denkst boah jetzt mach ich auch was jetzt mach ich auch was ich bin ja ein guter ich mach jetzt eine gute Tat ich reposte das und dann schreibe ich noch was dazu weil ich emotional aufgewirbelt bin davon ich finde das ungerecht ich fühle mich schlecht behandelt und ich bin emotional aufgewirkt und alles was aus so einer Impulshandlung kommt ist fast nie was Gutes calm down guck dir ein Video an informier dich über ein paar Sachen ein paar Atemzüge werd ruhig und dann entscheide ob du es posten willst du weißt nie was du dafür 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 Konsequenzen was 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 daraus folgt das kannst du gar nicht wissen du kannst deine Aktien die du jetzt aus dieser Impulshandlung machst kannst du nicht vorausahnen das geht nicht das ist auch einfach gefährlich das ist auch immer finde ich total es gab eine Zeit lang da wurden ganz viele Polizei Videos immer geteilt so 6 Sekunden Videos von von Polizisten die angeblich total brutal ähm Leute irgendwie auf den Boden drücken was weiß ich ja es gibt bestimmt viele Videos die davon stimmen und es gibt viele Videos die davon nicht stimmen weißt du ob das Video von 2001 ist was du da gerade repostest nein weißt du nicht weißt du in welchem Kontext das war nein weißt du nicht ja es gab Videos die waren einfach 6 Sekunden und du weißt gar nicht was davor passiert ist ja das ist doch dasselbe guck mal es wurden ja auch verschiedene soziale Medien sind gefährlich weil du halt nie komplett den Kontext dazu kennst und dich schnell zu Meinungen verleiten lässt Meinungen die nicht aus einem großen Kontext heraus ersprechen sondern aus einer kurzen Sequenz das ist doch dasselbe was Russland probiert hat mit manchen Videos jetzt wo die einfach Videos gefakt haben um deren Propaganda voranzubringen wo wirklich auch wo diese Videos auch analysiert wurden und gesagt wurden ja das ist an einem ganz anderen Ort wo der angeblich gestorben sein soll oder wo das passiert sein soll du weißt ja gar nicht wie du manipuliert wirst und von wem was dahinter steht aber das ist kein Phänomen der sozialen Medien das war vorher genauso ja klar natürlich ich meine die sozialen Medien erschaffen etwas was das nochmal brutaler macht also du kannst ich kann weiß ich nicht mal nein nein also früher war es auf jeden Fall nicht der gesamten Menschheit oder die Leute die ein Smartphone besitzen in dem Falle möglich ein Video zu verbreiten ne das ist klar das ist klar aber das heißt noch lange nicht dass du nicht trotzdem das ja das ist klar aber das heißt noch lange nicht aber das ist ja nicht der negative Teil das ist ja nicht der negative Teil auf den du ja eingehen wolltest ja genau klar der negative Teil auf den du ja eigentlich also zu dem du ja eigentlich was gesagt hattest ist dass die meinetwegen nur einen 6 Sekunden Clip sehen und daraus dann direkt ihre Meinung machen und daraus dann direkt eine Handlung anstoßen und das kann ja auch genauso vorher passiert sein beziehungsweise ist also passiert sicherlich auch schon genauso vorher das ist ja jetzt nichts anderes als wie heutzutage ich gehe natürlich jetzt wieder auf die heutige Zeit ein wo Leute nur die Headlines lesen von also nur die Schlagzeilen lesen und gar nicht den Artikel da drunter und daraus dann direkt ihre Meinung machen und das wird vorher wahrscheinlich genauso der Fall gewesen sein und dann direkt und man war mega durch die Massenmedien durch die großen Medien beeinflussbar ich weiß nicht ob mehr als jetzt kann ich nicht sagen weil jetzt gibt es halt die Möglichkeit dass jeder Einzelne auch noch wenn da was nicht stimmt oder sowas dann halt die Wahrheit offenbaren kann also solange sie zumindest direkt objektiv filmbar ist sag ich mal das ist das ist ja das Vorteilhafte auch da dran also es hat natürlich die negativen Schattenseiten nicht gerade besprochen oder die wir besprochen haben und natürlich auch den Vorteil dass man natürlich auch an andere Informationen rankommt ich meine wenn du in einem Staat lebst wo du denkst dass die öffentlichen Medien oder die Staatsmedien ein ganz gewisses Bild verbreiten wollen ist es bestimmt ein Vorteil andere Medien auch durch andere Medien auch seine Informationen zu bekommen also wenn du jetzt dasselbe jetzt mit der Russlandsache vor 20-30 Jahren gehabt hättest dann würde wahrscheinlich ein großer Teil der russischen Bevölkerung nicht so gut wie jetzt mitbekommen wie es vielleicht wirklich aussieht weil die Hauptinformationsquelle dann die russischen Staatsmedien sind zum Beispiel ne also du kannst du kannst natürlich auch den Vorteil da drin sehen was ich mich gerade frage ist wie weit die jetzt überhaupt das trotzdem sowas dann mitkriegen also die die Bürger die jetzt meinetwegen in Russland sind oder sowas ähm ist ja noch nicht sicher dass denen überhaupt so ein Video vorgeschlagen wird ne vielleicht sind die ja irgendwie in ihrer Echo-Kammer in einer ganz anderen Ecke irgendwie naja ich meine jetzt gar nicht zensiert von Russland oder so sondern einfach einfach weil weil die werden ja nur Videos vorgeschlagen die zu den vorherigen Sachen passen und sowas so wie du vorhin besprochen hattest mit den Putin-Videos erzähl mal mit den was mit den Putin-Videos mit den Putin-Videos ja genau ich hab einmal auf so ein Putin-Video gedrückt irgendwie wurde mir vorgeschlagen was weiß ich wahrscheinlich so why Putin-walk oder irgendwie sowas ähm oder Putin-Savage-Gangster-Paradise-Compilation oder keine Ahnung was und plötzlich kriegst du nur noch Putin-Videos vorgeschlagen und ähm ich will jetzt nicht direkt Propaganda oder sowas rufen so weil ich weiß natürlich nicht wer die erstellt hat aber ist schon also da waren so ein paar Seiten die sehr sehr groß waren die ausschließlich Putin-Videos hatten und ausschließlich so Sachen wo Putin irgendwas gerade macht so meinetwegen Putin schenkt diesen zwei Kindern eine neue Zukunft weil er ihnen irgendwie äh guck mal zum Beispiel einem Kind wurde einer Studentin wurde erlaubt irgendwie ihr Buch zu veröffentlichen oder so also dass sie sie hat einen Artikel geschrieben und dass sie ein Buch schreiben darf über Putin selber ähm und das hat Putin dann finanziert oder an einer anderen Stelle hat Putin das und das gemacht und Putin das und das gemacht und die ganzen Kommentare sind ausschließlich voll mit oh mein Gott Putin ich wünschte wir hätten auch so einen Leader und Putin ist der Beste und was weiß ich was und ähm die kriegen Millionen Aufrufe und es zeigt einfach diese ganzen Momente die halt früher dann äh wo sich halt äh Politiker extra hinstellen äh neben neben halt ein Kind neben Baby und das in den Arm halten weil sie wissen dass es halt gut ankommt zu den Haseln und dann kriegst du nur noch sowas vorgeschlagen das ist so krass ja bei mir genau dasselbe mit dem so wo ich auch sowas ähnliches angeklickt hatte und danach wurde mir einfach nur noch vorgeschlagen so Putin the man who wrestles with a bear so Putin der Mann der noch mit einem Bär wrestelt und irgendwie so ein echter Mann und sowas Putin hat hier das endlich ein starker Leader und so so ein Video da war so ein Asiatin die ihr Smartphone und so Stäbchen hängt Digga Putin ist auf so einer Klippe und fängt das auch mit Stäbchen aber mit seinen Füßen so und da kann einfach alles krasser so weißt du so so weißt du also man sieht das Smartphone wie das so fällt man sieht das Smartphone wie das fällt und er kriegt sich mit den Stäbchen und dann filmt die Kamera so weiter runter und er hat die Stäbchen mit seinen Füßen und hat da das Handy gefangen und so guckt so in die Kamera oder wie er trainiert oder wie er im Regen steht ohne ohne so einen Schirm weil er meinte im Krieg hat man auch keinen Regenschirm und sowas und das sind dann auch nur so Kommentare so ganz viel in Russisch und auch andere so endlich ein echter Mann als Führer ein Mann der noch Mann ist und sowas weißt du irgendwie so so ein Mann braucht man nur noch weißt du so nur noch eine feminisierte Welt in der ein Mann weißt du Digga das war schon lustig findest du das gut ey dazu fällt mir gerade ein findest du es gut dass man Kommentare löschen kann bei YouTube weil entweder entweder kriegen diese Videos werden diese Videos nur vorgeschlagen Leuten die halt wirklich Putin abgöttisch lieben also so religiös fast so er ist ein Gott wirklich also wirklich abgöttisch oder die anderen Kommentare die negativ sind werden halt einfach gelöscht weil da ist kein einziger negativer Kommentar und ausschließend richtig so Putin is a man solange das kein Mobbing ist oder sowas finde ich sollte das nicht gelöscht werden warum das sind verschiedene Meinungen du kannst ja selber löschen ich kann Kommentare löschen du schreibst ja häufig unter die Podcast wieder tolle Aufnahme ich kann den löschen ne ich weiß ne das finde ich nicht okay ja was ich noch seltsamer finde ist wenn wenn YouTube Kanäle besonders so zum Beispiel ähm YouTube Kanäle von von äh Nachrichtensender oder sowas ihre Kommentarfunktion deaktivieren Digga das finde ich komisch so was soll das warum ist doch egal hä weißt du ist so aber ist irgendwie besser als Kommentare löschen wenn dann hat zumindest da werden einfach keine Kommentare erlaubt das ist dann auch von ja irgendwie schon andererseits ist es so ey ich will dazu ja ich finde es einfach seltsam ja okay aber das finde ich eigentlich gar nicht ja es ist interessant aber das finde ich nicht unbedingt verwerflich irgendwie ich sag gar nicht dass es schlecht ist aber einzelne Kommentare rauszuhauen vielleicht hat es auch einfach so vielleicht hat es auch einfach so seinen Zweck weil man sagt okay ich will dass es einfach nur ähm ich will dass es nur äh nur die das Medium oder das Video an sich ist und ich will keine Beeinflussung durch irgendwelche Kommentare ob positiv oder negativ so das kann ich irgendwie verstehen aber es ist trotzdem seltsam es ist trotzdem komisch das ist interessant das ist sowieso krass das stimmt darüber habe ich nie drüber nachgedacht wie das allein schon so ein großer Unterschied ist zu äh meinetwegen Fernsehen dass man jetzt halt bei YouTube dann Kommentare schreiben kann dass man gucken kann ey wie reagieren andere da drauf das ist aber darüber habe ich eigentlich nie nachgedacht ich erwische mich manchmal selber dass ich bevor ich das Video geguckt habe die Kommentare schaue und so gucke okay was meinen andere Leute dazu und wenn viele das verkrasst was psychologisch da passiert und wenn viele Leute sind so oh nee das ist hier und da und da dann hat man direkt obwohl ich versuche das äh zu unterdrücken direkt einen anderes äh einen anderen Blick auf das Video und ich merke das so richtig was das mit mir macht das ist voll krass also wenn die Mehrheit der Kommentare in die eine Richtung geht dann tendiere ich auch eher in die Richtung zu gehen oder lustigerweise ja ich meine ganz andere aber einfach nur in die andere weil ich einfach nur gegen den Strom gehen will das ist auch komisch müsst ihr mir auch mal psychologisch erklären so einfach nur weil alle durch die Tür A gehen will ich durch Tür B weißt du so einfach nur weil alle anderen durch die Tür A gehen ich überlege gerade ja ja ich verstehe schon ich verstehe nicht ich bin noch bei der Frage ob ich also ich überlege gerade noch ob ich das gut finde oder schlecht dass es jetzt halt Kommentare gibt also bei also ob das besser oder schlechter ist als beim Fernsehen es ist auf jeden Fall erstmal anders so das kann man auf jeden Fall festhalten ja ähm was natürlich cool ist es können halt andere Sachen da auch verlinkt werden ne wenn du zum Beispiel sagst die Studie stimmt nicht kannst du andere Studien verlinken du hast halt einen Einfluss auf das Video du hast halt einen Einfluss auf das Video das ist ganz cool ne andererseits ist es auch scheiße so wie alles so wie alles auch nur bedingt weil dein Kommentar kann halt gelöscht werden dein Kommentar kann halt gelöscht werden deswegen auch nur bedingt und außerdem wird dein Kommentar vielleicht nicht gesehen weil wenn das ein Video ist von jemandem der Fans in der Richtung hat aber der halt trotzdem milde redet ähm dann wird dein Kommentar halt einfach gar nicht geliked und äh andere Kommentare wie zum Beispiel ey voll das kranke Video danke Bro äh werden mies hochgeliked und ähm dann werden nur noch die gesehen ich finde ich finde man sollte mindestens wenn Kommentare gelöscht werden dann sollte man zumindest sehen können dass Kommentare gelöscht wurden das Kommentare ja dann sollte irgendwie ganz oben vor den Kommentaren stehen in diesem Kommentarbereich wurden Kommentare gelöscht oder irgendwie so ja weil es oder sogar die Anzahl an gelöschten Kommentaren es gibt ja auch wenn Kommentare ja stimmt das ja vielleicht sogar die Anzahl auch noch weil es gibt ja auch dieses dass bei ähm wenn da Kommentare sind und ähm man seinen eigenen Kommentar kann man ja auch wieder bearbeiten dann steht da edited dann weiß man dass meinetwegen wenn andere drauf geantwortet haben oder andere das geliked haben dass es nicht unbedingt wegen diesem Kommentar sondern dem ursprünglichen Kommentar vielleicht war was gut ist weil zum Beispiel könnten ja auch könntest du sehen dass Leute was geliked haben wo vielleicht was drin steht was du gar nicht willst wenn ich jetzt zum Beispiel einen Kommentar like der schreibt ich liebe dieses Video und der Editor endet das am Ende irgendwie zu irgendwas so ich unterstütze Nazis ja so lustig dass wir genau dasselbe gedacht haben so dann will ich das nicht geliked haben weißt du so auf gar keinen Fall das ist das ist cool ja und ich finde es sollte sogar eventuell ein Grund du müsstest eigentlich als als Creator einen eventuellen Grund angeben warum du den Kommentar löscht und das müsste man irgendwie kontrollieren das wäre sogar auch ganz cool weil dann siehst du es können ja sogar Billo es können ja sogar Billo Begründungen sein man kann aber als nee aber so auch dass die Leute das sehen aus welchem Grund weißt du hier wurden hier wurden zum Beispiel 56 Kommentare gelöscht wegen Sprache und es wurden 100 Kommentare gelöscht wegen dem drei wegen Spam und genau und dann kannst du und ich glaube die Leute checken nein aber ich glaube die Leute checken dann auch schnell was wirklich dann echt ist und was nicht sowas kommt auch schnell oft raus weißt du was wirklich legit ist und was nicht das das entwickelt sich das ist natürlich dann irgendwann drin warum der jetzt das gelöscht hat ja also ich finde es auf ich finde es glaube ich nicht gut dass die gelöscht werden können einfach so vom Creator das ist seltsam aber wenn dann müsste es da stehen genauso bei Instagram Digga da sollte stehen wenn eine Seite 200 Kommentare gelöscht haben wo einfach steht so nee finde ich nicht gut finde ich nicht gut stimmt nicht stimmt nicht stimmt nicht ich habe dir darauf geguckt dann können die so ein einseitiges Bild vermitteln sodass du dir manchmal denkst so hä warte mal ich bin da gar nicht dafür aber alle sind dafür so hä wie kann das sein so weißt du das muss ja vielleicht doch richtig sein dann haben die so eine Macht durch dieses Kommentare löschen dass das gruselig ist und ich habe das wirklich manchmal bemerkt bei manchen Seiten bei manchen Seiten bin ich manchmal in die Kommentare gegangen und da waren dann noch Sachen zum Beispiel so ja stand der und der Kommentar und dann bin ich irgendwie zwei Tage später da wieder drauf gegangen weil ich das Gefühl hatte dass das voll einseitig ist und die waren weg und das waren irgendwie nur 15 Kommentare oder sowas und dadurch konnte man halt sehen dass die weg sind nicht jetzt irgendwie weil die dauernd aktualisiert sind weil das mehrere tausend sind und das ist dann ehrlich ein bisschen so und besonders wenn es dann in so politische Richtung geht und so das ist das ist sehr 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 gruselig es ist auch weißt du was auch gruselig ist ähm na peinlich ist es halt nur wenn es auffällt und das passiert wahrscheinlich bei den wenigsten ich denke mal da war es wahrscheinlich eher die Ausnahme peinlich für dich selbst dass du sowas machst achso ja nein ja ich glaube wir meinen das anders aber ja dazu fällt mir ein mit Wikipedia ist ja ich meine wenn du irgendwas suchst wenn du irgendwas kurz irgendwie Informationen zu irgendwas haben willst oder sowas wo guckst du jetzt erstens drauf ich zumindest Wikipedia und viele andere Menschen tun es mir gleich Dogcheck da guckst du wer gerade Bundeskanzler ist ich hoffe das musst du nicht googeln ähm zumindest Wikipedia ist da diese riesige diese Angela Merte diese riesige ähm Seite und wenn du wenn du mal guckst wer da äh was erstellen kann ähm und wer ähm da was bearbeiten kann äh dann ist das auch sehr gruselig weil ich hab okay vom Böhmermann ich find das ist legitim genug von also die Quelle ist legitim genug als dass dass ich das jetzt preisgeben kann ist das ähm er hat da ein Video drüber gemacht äh wie viele Politiker halt ihre eigenen ähm Seiten bearbeitet haben ähm ähm und und überhaupt auch erst erstellt haben beziehungsweise Sachen dazugefügt haben Sachen vielleicht auch wieder weggemacht haben und sowas und dass das halt möglich ist und dass es extra Firmen gibt die da beauftragt werden die weil du darfst eigentlich über dich selber glaube ich nichts schreiben ähm aber es werden dann extra Firmen beauftragt die dann halt dafür äh sorgen dass äh dass die Wikipedia-Einträge geändert werden ha ha das ist schon ein bisschen gruselig also hätte man sich denken können so äh wenn man aber nochmal drüber nachdenkt irgendwie bei allem ist es wirklich gruselig ja die Welt ist einfach schlecht die Welt ist gefährlich die Welt ist böse ist ein wunderschöner Ort nein ist sie nicht nein ist sie nicht ja ja ist sie auch nicht ist ein wunderschöner Ort was kann ich diese Person tun und was könnte sie tun da fällt einem immer mehr auf wie was für wie wie an welchen Stellen sag ich mal ähm die Sachen nicht so eventuell nicht so funktionieren wie sie eigentlich funktionieren sollen aber an sich ist die Welt ein super toller Ort und ich glaube auch wirklich an das Gute im Menschen und ich glaube auch da dran dass letzten Endes wenn man das Richtige tut dass man dann eher langfristig Erfolg hat als wenn man es nicht tut 100 pro deswegen glaube ich auch dass die meisten Menschen das Richtige tun ja es ist so krass weil es ihn einfach am meisten selber bringt ich glaube an Egoismus ja ich auch ich glaube wenn jeder wenn jeder wirklich wirklich an sich denkt und dabei schlau ist dann macht er automatisch Sachen für andere weil er weiß dass es gut für ihn selbst ist ja und dann macht er automatisch dann lügt er zum Beispiel auch nicht weil er weiß dass es letztendlich schlecht auf irgendwas ist lügen ihm selber schadet irgendwann 100% ich glaube auch dass sowas immer auf dich zurückkommt das hat letztens John Peterson auch gesagt ähm da hatte ich ja nicht Podcast Ausschnitte gehört und der meinte in seinen Jahren die er jetzt als Therapeut äh tätig war ist es ihm nicht ein einziges Mal passiert nicht mit einem einzigen Klienten beziehungsweise oder Patienten dass irgendeine schlechte Sache die die getan haben nicht auf sie zurückgekommen ist nicht ein einziges Mal er sagte ja aber du könntest ja denken vielleicht sind sie mit manchen Sachen durchgekommen und wurden nicht verurteilt oder hier oder da er meinte in der einen oder anderen Art und Weise ist es immer immer auf sie zurückgekommen und ich glaube da auch ganz fest dran ich glaube da ich glaube da ganz fest dran dass wenn du Gutes tust dass dir auch gute Sachen passieren ähm beziehungsweise dass es besser für dich ist und wenn du schlechtes tust dass es auch auch irgendeine Art und Weise auf dich zurückkommt also Leute immer das Gute tun und äh bleibt sauber schönere Message hättest du gar nicht äh zum Ende bringen können eigentlich na toll du hast es kaputt gemacht das müsste man einfach so stehen lassen so nein wir sind das ja aber dann wäre mega die lange Pause gewesen bevor du den Button drückst äh du hast es kaputt gemacht Fick dich ha 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 ha